Ich sage immer, wenn man mir die Pulsadern aufschneidet, dann habe ich also kein rotes Blut, auch kein blaues Blut, sondern grünes Blut. Mein Name ist Huberto Schmidt, ich bin 55 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder und bin seit vielen Jahren Förster bei den Bayerischen Staatsforsten hier am Forst mit dem Fichtelberg im Fichtelgebirge.